Geburtstagsfeier für das Grundgesetz. Der Arbeitskreis Dialog-Synagogenplatz hat in Ludwigsburg den 68. Geburtstag des deutschen Grundgesetzes gefeiert. Dazu gab es gestern jede Menge Musik und unter anderem ein paar Ständchen eines Stuttgarter Flüchtlingschors. Der Arbeitskreis will mit der Feier auch mahnend an den Staatsterror der NS-Diktatur erinnern. Die Feier fand daher auch auf dem Synagogenplatz statt. Hier war solch eine Kirche in der NS-Zeit zerstört worden.